Lautere Botschaft In dieser Serie werden kurze Predigtausschnitte Luthers vorgelesen. Dieser Auszug wurde mit Über die Barmherzigkeit, Böses mit Gutem Vergelten betitelt. Der Predigtext Lukas 6, die Verse 36 bis 42 Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebet, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein voll gedrückt, gerüttelt und überflüssig Maß wird in euren Schoß gegeben. Denn eben mit dem Maß, da ihr messt, wird man euch wieder messen. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Mag auch ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger ist nicht über seinen Meister. Wenn der Jünger ist wie sein Meister, so ist er vollkommen. Was siehst du aber einen Splitter in deines Bruders Auge und des Balken in deinem Auge wirst du nicht gewahr? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halte still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuvor den Balken aus deinem Auge und besieh dann, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Im heutigen Evangelium lehrt uns unser lieber Herr Christus, seine Jünger und uns alle, wie wir uns gegeneinander verhalten und christlich leben sollen. Denn wenn wir gläubig geworden sind und nun den Namen haben, dass wir Christen heißen, die durch den Herrn Christum von Sünde, Tod und allem Unglück errettet sind, da soll danach ein neues Leben folgen, dass wir tun, was er von uns begehrt. Dieses neue Leben fasst er in das einige Wort, da er spricht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Nun weiß aber jedermann wohl, was barmherzig heißt, nämlich ein solcher Mensch, der gegen seinen Nächsten ein freundlich, gütig Herz trägt, Mitleid mit ihm hat und sich seiner Not und Unglückes, es betreffe seine Seele, Leib und Gut mit Ernst annimmt und sich so zu Herzen gehen lässt, dass er denkt, er ihm helfen kann. Beweist dies auch mit der Tat und tut es mit Lust und Freude gern. Ein solches Herz, sagt der Herr, sollt ihr gegen jedermann haben, dass es nicht eine Barmherzigkeit ist, wie der der Sünder und Zöllner ist. Die üben auch, wie Christus kurz vor diesem Evangelium sagt, Barmherzigkeit untereinander. Liebt einer den anderen, er zeigt einer dem anderen Wohltat und Freundschaft, leid einer dem anderen. Aber solches tun sie darum, dass sie Gleiches wieder nehmen. Das ist eine falsche Barmherzigkeit, die darum Gutes tun, dass sie wieder Gutes oder Besseres empfangen. Wir aber, so wie wir Christen sind, sollen barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel. Nicht allein gegen die, die unsere Freunde sind, sondern gegen jedermann, auch gegen die, so uns Feind sind und verfolgen, auch wenn wir denken, sie sind es nicht wert, ihnen ein freundliches Wort zuzusprechen. Wie wir auch erfahren, wie schwer uns das wird. Ei, sprechen wir. Was geht mich der Bube an? Er hat mir dies oder das getan. Ich erkenne sein unnützes Maul wohl. Warum sollte ich ihm helfen? Ich wollte eher, dass ihn die Läuse fräsen. Also will unsere Natur immer uns auf eine falsche Barmherzigkeit ziehen, welches nur auf unsere Mitgenossen geht, die mit uns Büberei treiben, mit den anderen wollen wir nichts zu schaffen haben. Dies ist meine Meinung nicht, spricht Christus, sondern wenn euch gleich eure Nächsten beleidigt haben, Wollt ihr Christen sein, so denkt, dass ihr barmherzig seid und so barmherzig, wie euer Vater ist. Sonst könnt ihr nicht seine Kinder noch meine Brüder sein, der ich euch mit meinem Blut von Sünden und Tod erlöst habe. Denn das müsst ihr alle bekennen, dass ihr eurem Gott und Vater im Himmel alles leid und viel vor Drus getan habt und seine Gebote nicht gehalten, ja, alle übertreten habt. So hätte er Ursache genug zu sagen, sollte ich meinen Sohn für solche bösen Buben geben? Zum Teufel mit ihnen, in den Abgrund der Hölle. Denn sie fürchten, lieben und vertrauen mir nicht, ja, verachten, lästern und hassen mich, schwören und fluchen bei meinem Namen, verfolgen und verdammen mein Wort, sind in Eltern und Obrigkeit ungehorsam, sind Mörder, Ehebrecher, Diebe, Geizhälse, Wucherer, mein Eidige. In der Summe, sie tun alle übel, darum lasse sie dahin fahren, wo sie hingehören. Also könnte Gott, spricht Christus, zu euch auch sagen, aber er tut es nicht, sondern über alle eure Bosheit fährt er zu und ist gütig und gnädig. Gebt nicht allein Leib und Leben, Essen und Trinken, Weib und Kind, Nahrung und alle Notdurft zu diesem Leben, sondern auch seinen Sohn und das ewige Leben. Solche Barmherzigkeit sollt ihr auch lernen üben. Denn wo schon jemand dich beleidigt und getan hat, das dir nicht gefällt, was ist das gegen dem, das du so oft und schwer gegen Gott getan hast? So nun Gott eine so große Barmherzigkeit hat, dass er seinen Feinden, seinen eingeborenen Sohn schenkt, dass sie durch ihn erlöst werden von der Sünde und Tod. Begibt uns dazu Seele, Leib, Gut und alles, was wir bedürfen, da er ja eigentlich Strafen, ja, Hagel, Donner, Blitz und höllisches Feuer und noch viel mehr Unglück schicken sollte. So lerne du auch an diesem Beispiel, dass du sagen kannst, ob mich wohl dieser oder jener stark beleidigt hat, dass ich ihm wünschen würde, es sollten ihn die Maden fressen, so will ich es doch nicht tun. Denn dies wäre nur eine heidnische und nicht eine christliche Barmherzigkeit. Hat er mir Übel und Unrecht getan? Nun, wer weiß, wie ich es verdient hätte. Ich will ihn darum jetzt nicht, da er meiner Hilfe bedarf, laufen lassen, denn ich sehe, dass er Hilfe bedarf und ich ihm helfen kann. Also tut mein Vater im Himmel doch auch mit mir. Man sieht, was für ein großer Frevel in unserem Volk überall ist. Jeder will für seine Arbeit und seine Ware so viel Geld haben, wie er nur bekommen kann. Jedermann sammelt Geld, schlemmt und prasst, belügt und betrügt daneben einer den anderen, wo er nur kann. Dies sollte wohl eine Unlust machen, wenn sie in eine Not kommen, dass man denken würde, das ist richtig, damit die Buben müde werden. Aber ein Christ soll nicht so tun, sondern sagen, was liegt mir daran, ob sie gleich böse sind? Dieses soll mich nicht bewegen, dass ich auch wollte böse sein. Ich will tun wie ein guter Baum. Habe ich dir zuvor Gutes getan und du bist undankbar gewesen und hast mir dagegen Böses getan. Damit sollst du mich nicht bewegen, dass ich auch sollte böse werden. Du bist ein Dornstrauch, der nichts weiter kann als stechen, so bleibe es. Darum will ich aber keiner werden, sondern ein feiner, fruchtbarer Weinstock bleiben und gute Trauben bringen. Denn also tut mein Vater im Himmel auch. Der gibt bösen Buben genauso als Frommen und Gerechten, Vieh, Ochsen, Eier, Butter, Käse, Haus, Hof, Geld, Gut, Leib und Seele, Frieden, schönes Wetter und was man bedarf. Er lässt die liebe Sonne leuchten, obwohl wir wohl verdient hätten, dass er höllisches Feuer herunterregnen ließe. Aber er tut es nicht. Er will kein Dornstrauch werden wegen unseres Undankens willen, sondern spricht. Wollt ihr nichts anderes denn böse sein, so will ich doch gut bleiben, meine Sonne, meinen Regen über Böse und Gute gehen lassen. Das ist das Beispiel, welches unser lieber Herr Christus uns zeigt, dass wir in solcher Frömmigkeit auch bleiben und anderer Leute Bosheit uns nicht dazu verleiten sollen, dass wir auch böse werden, wie es in der Welt geschieht, die rächt sich, bezahlt Gleiches mit Gleichem. Das soll unter den Christen nicht sein, sondern sollen sagen, du bist ein Dornstrauch, hast mich übel gestochen, aber um deiner Sünde willen will ich nicht auch zu einem Dornstrauch werden, sondern dir in deiner Not alles Gute tun. Dazu Gott für dich bitten, dass er dir solches vergeben und dich aus dem Dornstrauch zum schönen, fruchtbaren Weinstock machen wolle. Das heißt, seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist, der seinen ärgsten Feinden das Allerbeste tut. Dein st ein zähter Fisch Zähter Zähter